Dümmer geht nümmer. Ihr kennt diese Map hier, wo Sprout seine Gegner einsperrt? Shelly geht da rein, will die Boxen holen, Sprout sperrt sie ein, die arme Shelly hat keine Chance und wird hier von Sprout natürlich erledigt. Die anderen beiden da, Bee und Leon, die sehen das, die drehen sogar. Da geht aber der Nächste trotzdem rein. Leon geht rein, dem passiert genau das Gleiche. Die Biene dreht sich hier, die will teamen, die finden das lustig, was Sprout da macht. Die hat es eigentlich gesehen. Ich weiss nicht, Sprout ist ein bisschen misstrauisch und geht da zur Seite. Jetzt hat der Leon erledigt, auch Colt da oben hat es gesehen. Bee geht rein. Die denkt jetzt echt, der teamt mit ihr. Nein. Sprout sperrt auch die Bee ein, erledigt auch die Bee mit dem gleichen Trick. Jetzt Colt. Colt hat es auch gesehen, geht auch da rein, wird eingesperrt. Jetzt die Überraschung. Colt schiesst ein Loch und kommt raus. Schlauke spielt von Colt.